Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen hier zu einem ersten Vorstellungsvideo des LG LN5758 mit 42 Zoll. Es ist hier mit Absicht ein bisschen dunkel, damit man auch das TV-Bild natürlich dann besser sieht, als wenn hier strahlender Sonnenschein wäre. Ich starte den Fernseher einfach mal und dann sieht man auch gleich, wie schnell der Dual-Core-Prozessor hier arbeitet. Und schon läuft er. Ruckzuck geht das. Ich nutze den Fernseher nicht mit DVB-S, sondern lasse das Ganze über die Volksbox Essential laufen, weil ich dort eine HD-Plus-Karte für ein Jahr lang Drahtes habe. Und ich natürlich auch ProSieben und Co. auch in HD gucken möchte. Und bei dem LG-Fernseher leider kein Adapter mit beigeliefert ist. Und ich mir noch keinen neuen gekauft habe, um die Karte dann dort reinzustecken und dann auch alle HD-Plus-Programme mit dem LG-Fernseher zu empfangen. Deswegen mit der Volksbox. Und wir schauen als allererstes mal rein in die Einstellungen vom Fernseher. So. Und schauen wir mal an, mit welcher Software-Version der jetzt aktuell läuft. So, und dort sieht man es, Modelltyp 42 Zoll, LN5758, ZE-Software-Version 03.2.0.30, SDK-Version 3.0, Browser-Version bla 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 bla. Also, als ich den Fernseher angeschlossen habe und zum ersten Mal mit dem integrierten WLAN verbunden habe, hat er mir ein Update angezeigt, 500 MB groß. Ohne Update habe ich den Fernseher nicht probiert. Ich weiß also nicht, was sich großartig verändert hat. Ich weiß nur, so wie er jetzt läuft, läuft er ganz gut. So. Dann gehen wir hier erstmal wieder zurück. Und dann kann ich euch mal zeigen, was für Möglichkeiten ihr habt bei den Einstellungen vom Bild. Ich habe hier, man hat Möglichkeiten, zwei Expertenmoden, Modusse, oder wie man das auch immer nennt, einzurichten. Das heißt, man kann dort zwei benutzerdefinierte Profile anlegen. Das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, die Beleuchtung ist bei mir bei 55 Prozent. Energiesparmodus habe ich aus, beziehungsweise ist auch benutzerdefiniert. Kontrast 73, kann man vielleicht so auch gut sehen. Helligkeit bei 50, Schärfe bei 25, Schärfe vertikal bei 25, Farbe bei 70. Den Tint habe ich leicht grünstichig gemacht. Beleuchtung bei 55 und so weiter. Dann haben wir hier unten natürlich dann noch die sogenannten Experten-Einstellungen. Dort können wir den dynamischen Kontrast einstellen. Habe ich auf Mittel. Super Resolution habe ich auf Hoch. Ich sehe auch ganz ehrlich keinen Unterschied zwischen Hoch und Niedrig. Farbskala Standard. Konturenverstärkung ein. Farbfilter aus. Gamma Wert 2,2. Weißabgleich. Farbmanagement. Können wir auch nochmal schnell reingucken. Weißabgleich. Mittel. Und Farbmanagement. Habe ich nichts weiter eingestellt. Das bleibt alles so wie es ist. Bildoptionen. Rauschunterdrückung habe ich auf Tief. MPEG Rauschunterdrückung auf Tief. Schwarzwert auf Tief. Echtes Kino habe ich an. Motion Eye Care. Ist nicht aktiviert. Und True Motion habe ich nicht aktiviert. Weil ich möchte nicht, dass es so aussieht wie in billigen. Brasilianischen Soaps. Wo alles so schnell ist. Ich möchte, dass es normal ist. Wie ich das kenne. Also ich kann Ihnen gerne mal den Unterschied zeigen. Das sieht man eigentlich schon. Also es läuft es schon richtig schnell. In meinen Augen unsauber sogar. Also der Unterschied ist ziemlich hart. Deswegen lasse ich das aus. Dann läuft das Bild auch ganz normal. So. Das ist erstmal dazu. Sound vom Fernseher ist so lala. Könnte basslastiger sein. Ist er leider nicht. Deswegen habe ich aktuell die alten Computerboxen von mir angeschlossen. Deswegen habe ich hier nicht wirklich jetzt die Möglichkeiten. Irgendwas großartig einzustellen. Was wir aber mal machen können ist. Das hier einfach mal anzumachen. Vielleicht hört man ja irgendwas. Ich gehe mal raus. Mach mal ein bisschen lauter. Ich kann ja mal umschalten. Im anderen Sender. Der Sender macht sich ganz gut. Sehr gut aus. Dann ruf hier. Ja, sehr gut. Okay. So als hätte er seinen Film in einen Fluss mit Piranhas gesteckt. Ja, wie gesagt nichts Besonderes. Ihr merkt, die LG Fernbedienung reagiert auf meinen schönen LED Stripe, den ich hier im Hintergrund habe. Was natürlich sehr geil ist. Ich mache den mal wieder aus. Aber der wird sicherlich noch ein paar Mal anspringen. Aber ist egal. So, was haben wir noch für Einstellungsmöglichkeiten. Hier findet man natürlich die Einstellungen für den Satellitenempfang. Uhrzeiteinstellungen. Ausschaltzeit. Einschaltzeit kann man einstellen. Sleep Timer. Und auch den automatischen Standby. Der ist normal bei vier Stunden eingestellt. Wer natürlich ein Programm mehrere Stunden ohne lauter, leiser und die Fernbedienung nutzt. Mehr länger als vier Stunden macht. Was ja relativ selten vorkommt. Aber es kommt halt mal vor. Dann geht der Fernseher einfach raus. Ist kacke. Will ich nicht. Deswegen ist das aus. So. Systemverriegelung und so weiter. Und blablablub. Sprache. Man sieht, ich bin in Österreich. Was haben wir hier noch so schönes. Ja, ich könnte mir ein Avatar anzeigen lassen. Das ist Blödsinn. Werkseinstellungen gibt es hier noch. Private Nutzung kann man auch noch mit. Kann man auch noch als Geschäft nutzen. Ist aber Blödsinn. So. Netzwerkverbindung. Wie gesagt, der Fernseher verfügt über ein WLAN. Verfügt über WLAN. Sagen wir es einfach mal so. Lässt sich auch sehr leicht integrieren mit dem Router. Ich habe zu Hause jetzt hier eine Fritzbox. Kennwort eingegeben. Fertig. Mehr ist es eigentlich nicht. So sieht das Ganze dann aus. Muss ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich bin schon verbunden. Dann hat der Fernseher auch die Wi-Fi Direct Verbindung. Mit Wi-Fi Direct kann ein Gerät ohne Zugangspunkt verbunden werden. Zum Beispiel mit Smartphones und so weiter. Funktioniert auch gut. Haben wir schon ausprobiert mit dem HTC One S. mit wessen ich gerade filme. Dann kann der Fernseher auch noch Intel's WiDi und Mayacast unterstützen. Leider haben wir einen Acer Laptop. Noch mit dem Intel i5 der ersten Generation. Somit kann ich diese Funktion leider nicht zeigen. Beziehungsweise testen. Und ja. Hier unten ist noch die Softwareaktualisierung. Bildtest, Tontest. Benutzerhandbuch und so weiter und so fort. Das erst mal zum ersten Teil des Videos. Im nächsten Teil werden wir uns mal das Smart TV angucken. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. So. Und bis dann noch mal das Video. Ich bin gleich wieder.